Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, hallo liebe Prüfungskandidaten für die DSH-Prüfung. Kommen wir nun zum Schluss, zu unserer Textproduktion Grenzen im Hochleistungssport, Seite 6. Ich habe es schon formuliert, kommen wir nun zum Schluss. Also formulieren Sie selbst bitte den Rest in grammatikalisch korrekten Sätzen aus. Viel Erfolg, danke und tschüss.